In denen da ja, das ist es. Dämm was aus. Gut, wenn ich jetzt ausschalte, muss ich dran denken, meine Dämmers auch auszumachen. Und zwar ganz schön schnell. Scheiße. Dafür haben wir jetzt hier irgendwo einen Foto. Ja. Schöne Erinnerung. Ja, ist gut. Ach nee, jetzt soll ich das wiederfinden. Ach, das war eine blöde Idee. Der da ist es, oder? Oh, das war das immer so schlecht finden. Das gibt es doch nicht. Doch, 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 das ist er. Leute, was war das denn jetzt? Das gibt es doch nicht. Warum war ich meine Dämmers noch an? Okay. Dämmers off. Vielen Dank für Verständnis. So, der hier ist es. Wenn ich dann suche ich einfach ein bisschen. Dämmers aus. Okay, jetzt sind beide Dämmers aus. Das finde ich schon mal sehr gut. Dämmers aus. Jetzt sind beide aus. Das finde ich schon mal sehr gut. So, und hier schalte ich jetzt alles aus. Ach nee, geht nicht. Ich muss die Tür erst aufmachen. Nein. Komm. So. Genau, jetzt ist mein ganzes Zeug. Weil ich dann die Dämmers jetzt wieder ausgemacht. So, jetzt dürfte ich aber nicht auf zug... Okay. Jetzt dürfte ich eigentlich nicht auf zugreifen können. Das heißt, ich muss kurz raus und nochmal rein. Mal gucken. Doch, ich kann auf zugreifen. Das finde ich ziemlich geil. Aber warum ist der Reaktor aus? So, der Reaktor ist an. Doch, jetzt ist es an. Gut. Aber ich habe auf das... Ich glaube, ich habe hier drauf geguckt. So. Wie fährt das denn gemacht? Ich habe hier ein bisschen was gut. Ich nehme hier mal... Ähm... Sekunde. Mal zu überlegen. Okay, ich muss auf 1,8 warten. Dann kommt in jedem Reaktor 0,3. Obwohl. Pass mal auf. Ja, zack. Genau, jetzt. Hey. So. Das kommt einfach an einen Reaktor. Und... Und... Ich werde verarscht, oder? Okay, darum kümmere ich mich gleich. Ach ja, stimmt. Ich kümmere mich gleich drum. Ich muss unter die blaue Linie... Oh Gott. Gibt es ja nicht irgendwas schnelleres? Unter die blaue Linie. Das ist doch gar nicht fertig. Ah genau, hierbei habe ich mich so gedreht, ne? Also, dass ich deswegen gestorben bin. Dann verstehe ich bis heute nicht. So, okay. Ich mache es doch mal ins Cockpit. Okay. Ich habe eh nicht genug Platz für alles. Aber sobald ich unter der blauen Linie bin... Also, ich glaube, die blaue Linie bedeutet, dass hier die Computerteile draußen... Und dann kann ich... Ähm... Hm? Jetzt wieder zusammenbauen. Vielleicht Zugriff. Und dann kann ich alles andere schon umstellen. Und fertig. So, und jetzt? Sack, geht doch. Ich weiß, weil ich da nichts drin habe. Gut. Jetzt, wenn ich jetzt K drücke... Genau. Dann kann ich hier... Okay. Dann muss ich jetzt kurz raus aus der Welt und noch mal rein. Bis dann gleich wieder. Vielen Dank.